Hallo bei Phil's Philosophy. Uns geht es heute um die Frage, machen uns Social Media glücklich oder unglücklich? Dazu begrüße ich Frau Bösser, die ihre Bachelor-Thesis zu diesem Thema geschrieben hat. Frau Bösser, schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. The illusion of social media can an influencing society like this support our mental health, bring us luck and make us happier, or is it just the opposite? Das klingt nach einem interessanten und tiefgründigen Thema, ist aber vor allem auf Englisch. Wie kam es, dass Sie in Fachethik auf Englisch schreiben? Also das lag vor allem an meinem Wunsch, meine beiden Fächer zu kombinieren, also dementsprechend Englisch und Ethik und tatsächlich auch an dem Wunsch, meine Kompetenzen in Englisch zu verbessern. Und dadurch, dass Sie das dann erlaubt haben, konnte ich das machen und das war auch sehr interessant. Und ist auch sehr gut geworden, genau. Und jetzt zu dem Thema. Wie sind Sie auf das Thema gekommen? Was hat Sie da interessiert? Das ist ja ein interessantes Thema, aber für eine Bachelorarbeit muss man ja dann auch viele Studien lesen. Und wie sind Sie da zu der Entscheidung gekommen? Ja, also Social Media ist ja mittlerweile ein integraler Bestandteil unserer Gesellschaft. Mittlerweile würde ich sagen, fast jeder hat einen Social Media Account, mindestens einen. Und auch wenn man Social Media benutzt, kommt es immer wieder auf, dass uns Social Media beeinflussen kann, dass es unsere Kommunikation miteinander verändert oder dass es beispielsweise auf mein Selbstbild oder so sich ja einen Einfluss hat. Und tatsächlich habe ich selber gemerkt, dass es mir auch so geht, dass ich mir die ganzen Influencer angeschaut habe, dass ich mich mit denen verglichen habe. Und auch, dass ich beispielsweise über Snapchat, also eine von den Apps, die ich mir auch angeschaut habe, die Filter genutzt habe, die teilweise auch das Gesicht verändern. Und ich dann immer mehr darüber nachgedacht habe, was das eigentlich bedeutet. Und so bin ich irgendwann dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich eigentlich mehr darüber wissen möchte und das Thema ja auch ethisch aufbereiten könnte und dann im Endeffekt sie gefragt habe. Das ist genau die richtige Motivation, die eigene Frage zur wissenschaftlichen Arbeit zu machen. Aber dann muss man ja in die Forschung rein. Und da ist meine Frage, gibt es da eigentlich viele Studien zu? Also ich habe vor allem Studien zu Instagram, Snapchat, YouTube und WhatsApp ausgewertet. Und da gab es schon einige Studien zu. Aber es gibt natürlich nicht nur Studien zu den einzelnen Social Media Apps, sondern auch beispielsweise, ob Social Media unseren Schlaf beeinflusst oder was das Melatonin, das auch wir teilweise kriegen, durch die Glücksgefühle zu benutzen, wie sich das auf uns auswirkt. Also es gibt einige Studien und es war jetzt für mich nicht so schwierig, Studien zu finden, sondern eher sie auf die ethische Perspektive zu beziehen. Also es sind meistens auch eher so psychologische Studien gewesen. Genau, die psychologische Frage, wenn ich das richtig sehe, für den Titel Ihrer Arbeit lautet ja eigentlich, tut es uns gut zu viel oder zu wenig oder wie viel überhaupt tut gut. Und dann haben Sie ja aber eben ein großes viertes Kapitel Ihrer Arbeit geschrieben. Das heißt Ethical Approaches. Und da geht es ja eigentlich um den Versuch, diese psychologischen Studien ins Ethische zu ziehen. Und da haben Sie interessante Felder, auf denen Sie diese Untersuchung durchführen. Und eins, das hat mich natürlich meistens interessiert, heißt Identity, Self-Perception and Self-Esteem. Also man könnte sagen Identität, Selbstwahrnehmung und Selbstbewusstsein. Das ist ja ein sehr tiefes und auch ethisches Thema. Was sagen da die Studien? Ja, also erstmal weisen die Studien darauf hin, dass das Teilen von Inhalten, also zum Beispiel ein Bild von mir oder ein Video von mir, Auswirkungen auf meine Selbstwahrnehmung, auf mein Selbstbild hat. Tatsächlich gab es eine Studie dazu, die sich genau die Auswirkungen angeschaut haben, was passiert, wenn ich ein Selfie von mir poste, also ein Bild von mir selber. Und es werden halt immer zwei Seiten aufgezeigt, also einmal eine positive und einmal eine negativere Seite. Die positive Seite daran, dass ich diese Dinge teilen kann, wäre, dass ich die Chance habe, mit meiner Identität zu experimentieren. Das heißt, ich kann ein bisschen ausprobieren, passt das zu mir, passt das nicht zu mir, bin das wirklich ich oder nicht. Auf der anderen Seite gibt es auf Social Media ja aber so viele Influencer, so viele Schönheitsideale, denen man ja irgendwie auch gerecht werden muss. Und das kann dann auf der negativeren Seite eher dazu führen, dass man verwirrt ist, dass man nicht weiß, wo man jetzt stehen soll. Muss man das in die Identität integrieren, muss man das nicht integrieren. Und bei diesen Studien kam auch immer wieder raus, dass dieser übermäßige Gebrauch, also ganz viel Nutzen von Social Media, eben eher zu diesen negativen Auswirkungen führen kann. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass es natürlich auch viele Vorbilder gibt auf Social Media. Es gibt viele, beispielsweise Fitness-Influencer mittlerweile, die auch zeigen, dass vieles an dem perfekten Körper, auch die Positionierung, die Lichtverhältnisse, auch die Bearbeitung ist. Und dass das ganze Bild sich auch ein bisschen ändert. Das heißt, im Allgemeinen zeigen die Studien hier, dass eben Social Media positive und negative Auswirkungen hat und dass es eigentlich immer auf die individuelle Nutzung drauf ankommt, ob es uns im Endeffekt selbstbewusster macht oder nicht. Jetzt hatten Sie in diesem vierten Kapitel noch zwei weitere Felder. Das mit Identity leuchtet mir schon ein. Und dann gab es noch diese Kategorie Authenticity, Authentizität, Echtheit könnte man vielleicht sagen und sogar Happiness. Ja, ob wir das eigene Leben gewissermaßen echt und dann auch noch glücklich führen können. Ja, bringen uns Social Media zu uns selbst, machen Sie uns glücklich. Also tatsächlich ist die Frage, trotz der langen Beschäftigung mit den Studien nicht ganz leicht zu beantworten, weil gerade Glück und Authentizität beides Begriffe sind, die auch selbst von einem selbst konstruiert werden und auch sozial konstruiert werden, also von der Gesellschaft, von der Familie. Und deshalb ist es nicht immer ganz leicht, es zu sagen. Und deshalb heißt, authentisch sein auch für jede Person etwas anderes. Und Studien zeigen, dass es auch wieder eben auf der einen Seite positive und negative Auswirkungen haben kann. Beispielsweise sich unauthentisch zeigen auf Social Media würde dazu führen, dass wir uns weniger, also dass wir ein geringeres Wohlbefinden mit uns selber haben. Teilweise haben andere Studien auch gezeigt, dass es mit unserer Selbstwahrnehmung dann bergab gehen kann. Und wenn wir uns unauthentisch darstellen über Social Media, stimmt es ja auch nicht so ganz mit unserer Identität ein, überein. Und auch unsere Freunde oder Familie, die das natürlich auch sehen, da könnte es zu Konflikten kommen. Und auf der anderen Seite zeigen die Studien eben, dass Menschen, die sich authentisch darstellen, ein höheres Wohlbefinden und teilweise auch ein höheres Selbstbewusstsein haben können, auch in Bezug auf das Kapitel vorher. Was und wie Menschen sich auf Social Media präsentieren, hängt aber auch immer ganz davon ab, wie sie Social Media nutzen. Also benutze ich beispielsweise Social Media vor allem dazu, mit meinen Freunden online auch in Kontakt zu bleiben, mit Freunden vielleicht von weit weg? Oder bin ich eine Person, die im öffentlichen Leben steht? Und da stehen halt Fragen, ob ich private und sensible Sachen von mir selber mit einer breiten Öffentlichkeit teilen will, natürlich immer in der Frage. Und da ist dann auch immer schwer zu entscheiden, bin ich jetzt so authentisch? Und was bedeutet authentisch sein oder nicht? Sie stehen ja jetzt auch bald vor im öffentlichen Leben, weil Sie ja Lehrerin werden. Und dann stehen Sie vor Schulklassen und arbeiten mit Jugendlichen. Was wären denn für diese Schülerinnen und Schüler Ihre Empfehlungen? Also tatsächlich habe ich in meinem ISP, also im integrierten Semesterpraktikum, einen Teil von der Bachelorarbeit genommen und wollte das umsetzen, weil ich das so, so wichtig finde, dass man darüber nachdenkt. Und zwar, dass es diese Filter gibt, die man nutzen kann. Also Face-Filter wird es auch genannt, wo die Augen größer werden oder die Nase kleiner gemacht wird oder der Mund einfach voller ist. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das man bereden sollte, weil woher soll ich als Person wissen, dass diese andere Person, die ich nur auf Social Media kenne, diese Filter nutzt und eigentlich vielleicht gar nicht so aussieht. Und das habe ich auch gemacht und es hat auch sehr gut funktioniert. Und man hat auch gemerkt, dass die Schüler und Schülerinnen sich da Gedanken drüber gemacht haben und vielleicht auch selber mal die Erfahrung gemacht haben, sich verglichen zu haben. Und deshalb wäre meine Botschaft da immer, dass man sich daran halten soll, dass auf Social Media nicht alles real ist und dass man sich deshalb nicht vergleichen soll. Das klingt nach einer sehr sinnvollen Botschaft. Ja, vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne. Machen uns Social Media glücklich oder unglücklich? Wir haben euch eine Bachelorarbeit zu dieser Frage vorgestellt und ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.